In der Mai-Sitzung des Südtiroler Landtags sind drei Gesetzentwürfe behandelt und genehmigt worden. Der erste stammte von den Grünen und war mit unterzeichnet von freiheitlichen Fünf-Sterne-Bewegung demokratischer Parteibürgerlisten Team K, Südtiroler Freiheit, Enzian Perspektiven für Südtirol sowie SVP. Es ging hier um verschiedene Anpassungen zur Materie der direkten Demokratie und Beteiligung im entsprechenden Landesgesetz von 2018. Der zweite genehmigte Gesetzentwurf stammte dagegen von Landtagspräsidentin Matej und Vizepräsident Nogler und befasste sich mit den Bestimmungen über die beim Landtag angesiedelten Umbutstellen. Nachdem im April die amtierende Volksanwältin zurückgetreten ist, wurde der Zeitraum für die mögliche Annennung eines Stellvertreters einer Stellvertreterin von derzeit sechs auf neun Monate vor dem Ende der Legislatur verlängert. Und schließlich befasste sich das Plenum noch mit dem von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zu Änderungen am Landesgesetz für Raum und Landschaft von 2018. Die Änderungen sollen laut Landesrätin Hochgruber-Kuenza dazu beitragen, Lesbarkeit und Anwendbarkeit des Gesetzes zu erleichtern. Im Minderheitenbericht der Grünen wurde die abermalige Überarbeitung des Gesetzes als Bankrotterklärung bezeichnet. In jenem von Demokratische Partei Bürgerlisten wurde auf die fehlende Strategie im Bereich Wohnungspolitik verwiesen. Deutliche Kritik gab es von Seiten der Opposition auch an den gestrichenen Fristen für die Gemeindeentwicklungspläne. Während der Sitzungsfolge wurden weiters drei Beschlussanträge angenommen. Einer der Grünen zum Pestizide-Monitoring auf Spielplätzen, Einer der Südtiroler Freiheit, wonach man sich in Rom dafür einsetzen wolle, dass Erziehungs- und Pflegezeiten für die Rente anerkannt werden. Und einer von Fratelli d'Italia, mitunterzeichnet von SVP, Lega Salvini Alto Adige Südtirol und Forza Italia bezüglich der Prüfung von Möglichkeiten, Sanktionen gegen die Familien minderjähriger Mobber und Vandalen einzuführen. Zudem stellten Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller und die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Priska Gabin ihre Tätigkeitsberichte 2022 im Plenum des Landtags vor und die Abgeordneten konnten Fragen dazu stellen. Für Gabin war es das erste Mal, nachdem die Antidiskriminierungsstelle im Februar 2022 ihre Arbeit aufgenommen hat. Am 9. Mai fand im Landtag außerdem ein Festakt zum Europatag statt. Einen solchen gibt es im Landtag alljährlich, um das Bewusstsein für den Wert einer europäischen Zugehörigkeit zu schärfen, dies in Verbindung mit der Prämierung eines Wettbewerbs, der sich an der demokratischen Beteiligung orientiert. In diesem Jahr der Kurzfilmwettbewerb Politik – Wir sind dabei! Für Ober-, Fachober- und Berufsschülerinnen und Schüler. Der Preis Eine zweitägige Klassenfahrt nach Brüssel ging an die dritte Klasse Maschinenbau der Technologischen Fachoberschule Max Wallier.